hallo und herzlich willkommen zurück zu portal wir haben in der letzten ersten bonus folge die ersten drei advanced test chambers gemacht und wir machen jetzt mit der vierten nummer 16 weiter man hat schon gemerkt bei 15 war schon ziemlich was verändert hier geht nicht mal die tafel an okay das war das mit den waffentests genau ok ich komme dort nicht vorbei die muss ich jetzt erst mal rauskommen da geht los da bin ich gekommen ich bin still da so aber hier die geheime kammer kennen wir ja noch da ist die kuchen kreiserei können wir am portal machen ok bringt uns aber nicht wirklich was helfen uns jetzt die so das war doof wie komme ich jetzt überhaupt wieder raus das war gar nicht ok nochmal ja 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 so da hm 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 ja 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 sido ja 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 immerody Vamos ja 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 slide ja 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 ich Daaaah Hey, it's me. Hmm. Is anyone there? Are you still there? Are you still there? Nap time. Nap time. Nap time. Activated. Related. Fire. Extended. Searching. Night. Are you still there? Searching. Resting. Target called. Who's there? Searching. Sleep mode activated. But you come to us here. Hello. Searching. Ich merke gerade, ich bin wieder total ruhig. Are you still there? Searching. Total ruhig, tut mir leid. Are you still there? Na, komm her. Äh. Ich bin nämlich gerade auch hier ziemlich am... So. Okay. Okay. Ich kann noch mehr cubes. Hmm. Hmm. Mist zur Hölle! Wie soll ich da jetzt? Wenn ich da jetzt reingehe, dann muss ich erstmal die Cubes irgendwie haben. Wow, das war doof. Das war schlecht. Hm. Das war gar nichts. Wow. Okay. 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 Hmm. 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 Oh, No. Oh, No. Oh, No. Oh, No. Oh, No. Oh, Come over here. Nein, ich bin nicht still da. Ähm, wow, ist das... Anders auf einmal. Zielverlust. So. 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 Hmmmm Ja, du bist mit der A da hinten. Ah, nicht schießen. Nicht schießen! Nein, du siehst mich nicht. Wo, 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 wo! Wie jetzt? Wo, wieso ist da noch einer? Ah, geschafft! Wow! Das war mal eine Herausforderung mit den ganzen Türmen, die jetzt auf einmal in Käfigen sind. Das war vorher echt einfacher. Und ich muss auch glaube ich zugeben, das ist glaube ich das erste Mal, dass ich die Advanced Test Chambers spiele. Na gut, machen wir weiter mit Advanced Test Chamber Number 17. Oder mache ich die alle jetzt die letzten beiden einzelnen Part? Jo, ich glaube das mache ich. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Advanced Test Chamber Number 17. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Herr Mango. Bye, bye! Bistaya Wagda Sli-jo-�로 Sli-jo- zap Sli-jo- Sli-jo- Sli-jo-